Wiener Hauptbahnhof Errichtete die Arge Östostettin Habau, eine einzigartige Wohnhaus- und Hotelanlage der Signa Holding AG, das Projekt Park Apartments und Parkhotel am Belvedere. Dieses Projekt mit einzigartiger Architektur wurde vom weltbekannten Star-Architekten Renzo Piano entworfen und besteht aus drei Wohntürmen mit 346 Wohnungen und zwei Hoteltürmen mit 300 Zimmern, die einen atemberaubenden Ausblick auf Wien ermöglichen. Aus bis zu 60 Metern Höhe. Drehen wir das Rad der Zeit etwas zurück. April 2016. Die Arge Östostettin Habau startete mit den Baumeisterarbeiten. Für das Gesamtprojekt standen knapp drei Jahre zur Verfügung. Die Wohn- und Hoteltürme werden schrittweise auf 107 sogenannten Piloti-Stützen errichtet. Diese schlanken Betonstützen werden die Türme wie Stelzen bis zu 20 Meter über Straßenniveau emporheben und dabei die kompletten Lasten des Gebäudes gemeinsam mit dem Stiegenhauskern abtragen. Wenn Renzo Piano plant, entsteht nichts Alltägliches. Dies zeigt sich auch in den nächsten Bauphasen. Sämtliche Türme werden mit einer auffälligen Elementfassade umhüllt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Arbeitsgemeinschaft Östostettin Habau wurde bei diesem im wahrsten Sinne herausragenden Bauvorhaben mit den Rohbauarbeiten und der Bauführerschaft beauftragt und hat unter dem Motto »Wir bauen alles« zweifelsohne ein weiteres architektonisches Highlight von Wien mit erschaffen. Die Ikki下 Nacht Die Kunsthäfte